So, willkommen zurück zu FTL. Ja, so. Ja, Engie Space. Okay, die sind echt stark, sag ich mal. Oh, zwei Stores. Sehr gut. Erstmal einen. Fix all. So. Ja, ich brauche aber noch mehr. Können wir irgendwas verkaufen? Die Bombe möchte ich, wenn möglich, behalten. Das möchte ich auch behalten. Ich möchte eigentlich alles behalten. Mist. Okay. Machen wir mal hier hin. Auch wenn wir kein Geld haben, aber naja. Erstmal hier speichern. Ja. Oh. Notruf. Da gehen wir gerne hin. Ein Schiff ohne Lebensform. Okay, ein Schiff ohne Lebensform. Ist nahe bei einem Asteroidenfeld. Es gibt ein Notrufsignal ab, sollten wir da hingehen. Es könnte gefährlich sein. Wir suchen danach. Du findest ein Pirateschip. Damaged und abbaunt. Du salvage, was du kannst. Und gehen. Sehr schön. Perfekt. Läuft doch echt gut bisher. Mal gucken, wie lange. Okay, wir müssen hier hin. Ich möchte jetzt... Sollten wir nochmal zurück... Ja, komm. Wir sollten nochmal zurück und kaufen hier ein bisschen was. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich wollte nur noch das Fuel haben. Dann mach mal wieder hier hin. Das hat sich jetzt eigentlich fast gar nicht gelohnt, aber... Doch im Prinzip schon. So, hier ist auch nichts, ne? Äh, automatische... Nachricht von einer anderen Space Station. Hm. Ach, warum denn nicht? Okay. Sie haben was abgegradet. Das ist doch immer schön. War auch relativ billig. So, das billige Skicks sind nie wieder. Ich wollte jetzt eigentlich das hier haben. Aber, okay. Naja. Dann warten wir einfach noch. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Scrap bekommen. Da ist noch nur... Nur Truf. Vielleicht war es auch ein Fehler. Mal gucken. Du findest ein Nummer von Schipfen, die von einer kleinen Space Station fliegen. Du hast sie gefragt, was ist falsch? Hilfe! Ich glaube, wir sind over one bei some sort of giant alien Spiders. Na, das ist ganz toll. Diese riesen... Äh, alien Spinnen. Ich weiß natürlich, was das für Typis sind. Das sind diese Heuschrecken, denke ich mal. Ich glaube, die meinen damit die. Jetzt ist natürlich blöd. Ich möchte niemanden von meiner Crew verlieren. Leave them alone. Wir lassen sie mal. Es tut mir leid. Ich würde gerne helfen. Aber ganz ehrlich, wir brauchen jeden Einzelnen. Und ich möchte echt keinen verlieren. igere Zufall. Naja. So, hier war es die Pirate-Chip. Ja, ja. Die greifen sich wieder an. Naja. Wir helfen mal. Du power up your weapons and engage the Pirate-Chip. Na, super. Weißt du was? Ich habe die Schnauze voll! Ähm... Hm... Ach, das wusste ich doch, dass sie jetzt hier herkommen. Sag mal... Lass mich eigentlich verarschen. Kommt! Sehr schön. Das ging rein. Das ist blöd. Das ist ganz blöd. Du! Eieieiei! Okay, das wird schwierig. Okay, es wird schwierig. So, die Fenster, ne? Und du? Hier rauf. Die Raketen gehen zum Blick durch die Schilder durch. Aber die wehren das hier ab, oder? Du bist... Du, ach, du... Du kannst ja... Du, ach, du... Das ist ja… Der Räume... ...undern wir... Das ist ja... Der Räume... Da ist ja... darauf habe ich gewartet bitte hierhin ich will flüchten ja ja wir bleiben erst mal hier da wir haben hier ein problem und jetzt sieht wahrscheinlich schon welches elf den mal acht die türen sind kaputt das ist doof entschuldigung ich musste mich räuspern sehr schön so wollte es doch haben so schwärmt wieder aus du da repariere mal so ok ihr habt jetzt gesehen sie können auch ganz schnell mal stärker sein wie einen einer selber wir hätten es nicht überlebt ich bin lieber geflüchtet ich möchte kein risiko eingehen ich möchte ein bisschen überleben wenn möglich aber nur so ein bisschen ist ja wahrscheinlich verständlich da kommen ja sehr schön gut weg hier soltan oder mantis die mantis fiecher sind echt scheiße immer mal ganz super ich hasse nebel wir haben keine andere wahl wir brauchen unbedingt den shop so ja schön danke schnell dahin wenn wir keine viel mehr haben sind wir nämlich tot glaube ich war zumindest damals sehr schön fix war so viel wie geht so ok ok ja mehr können wir gerade eh nicht machen das so bringt uns jetzt relativ wenig weil wir haben kein geld sowieso das ist nach in person aber wir unter orders ja ganz dann ganz dann geduld ganz dann geduld sehr schön jetzt haben da so eine scheiße jetzt gibt es gibt es gibt ja aber heiße suppe ne für euch wisst ihr haben die gleiche ausrüstung wie wir das mag ich aber gar nicht das kann schwer werden wie gesagt es kann schwer werden es explodiert hier die ganze zeit außer wir ich hätte das auto feuer aus nein die andere rakete glück unsere defense drohen ist ja noch hier so jetzt aber jetzt greift man hier das ist doch gar nicht mal so schlecht verdammt ich wollte gerade flüchten ok jetzt verdammt nochmal schnell machen hier flüchten wir sind dem tote gewalt wir sind dem tote gewalt ich sehe es jetzt schon kommen wir werden sterben weißt du was helf mal mit da kannst du gleich ein bisschen skil so gut dann reparierst du das war da oben felix damit du hier ein bisschen es gilt es geht ja jetzt hauptsächlich nur genau hier kapitän kapitän ah und unser klaus maus ist ein level ab sieht man hier an dem gelben und weil hier vorhin so ein sternchen war das heißt halt dass der typ gut ist ein level ab hat na komm sehr schön so gut das sieht nicht gut aus ein bisschen sofort zu dem exit und irgendwie geld bekommen und fuel das ist jetzt schon dass wir sterben werden sie ja 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 und dann auch noch das das geht doch nicht gut aus hmmm genau deswegen ich hasse lebe jetzt wissen wunder passieren Ha, ganz toll. Weißt du, das hat uns jetzt echt noch gefehlt. Mit drei Schilden? Alter, nein. Warum? Drei Schilde. Und, okay, wir sind tot. Wir sind tot. Die haben so eine verdammt gute Ausrüstung. Unglaublich. Yay, game over. One last explosion marks your fate as your ship is torn apart. Score 1037. Hm. Okay, stats. Gucken wir uns mal hier die Skets, äh, stats, nicht skips an. Ship best, Angie Cruiser. Okay. USS Klausel. Aha, die hatte ich anscheinend so genannt. Da hatte ich easy, weißt du. Wir waren hier normal. Und waren auch bis Sektor 6. Was hab ich denn da gemacht? Keine Ahnung. Okay, bla bla bla, was ist hier? Hm. Charlie. Geht zu Sektor 5. Cool. Okay. Was war denn das beste Schiff mit 2443? Der Svazer Felix. Okay. Cool. Ähm, ja. War doch ganz lustig. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Also, mir hat es Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ähm. Close. Main Menü. Ähm, das war's jetzt erstmal. Ihr seht, FTL macht meiner Meinung nach richtig viel Spaß. Das Spiel geht relativ schnell. Und man kann es immer wieder spielen, finde ich. Aber ich denke mal, das reicht für Staffel 1. Staffel 1, also bei mir ist jetzt einfach mal jede Staffel ein Schiff. Wenn ein Schiff kaputt geht, war es das mit der Staffel. Gut. Staffel 1 hätten wir. Hm. Mal gucken, ob wir vielleicht demnächst, vielleicht sogar bald, das gleiche nochmal probieren mit einem anderen Schiff. Vielleicht mit dem ersten. Weil ich finde, das erste ist sogar besser. Wie das zweite da. Müssen wir mal gucken. Schreibt, ja, doch. Schreibt ihr es doch einfach mal in die Kommentare. Ähm, Credits. Ja, komm. Great bye. Oder machen wir das am Ende? Äh, weißt du was? Wir machen das am Ende, bei der letzten Staffel. Und das Spiel empfehle ich noch weiter. Weil es macht Spaß. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao mit Pau. Outro